Musik Das ist hier ein guter Grün. Das waren so Widerkühlstifte. Und das sind so Lackstifte, die man extra gemacht hat. Musik Die Madonna, das ist Stalingrad. Die Madonna zum Beispiel. Sie ist im Stalingrad ein Schützenkörper. Gemalt worden. Ihr kennt mich mal. Das haben Sie als Elefant. Wie gesagt, die Uhr. Ich glaube, hier drüber. In der Titanic ist das entstanden. Das ist ein DDR-Fähnchen. Und du hast die Mauer halt. Ich mag es genau. Und zwar haben Sie gerade am Tag, wo ich es gemacht habe, ich sehe in den Nachrichten, da haben Sie Karl Marx seinen Kopf wieder gewonnen. Und am dem Tag habe ich das Ding gemalt. Also ich habe es nicht vorher gemalt, ich habe es dann nachgemalt, wo ich es sehe. Musik Das ist nur Acryl komplett, mit weißen Brute-Armel-Lackstiften. Das ist ja auch wichtig, das sind verschiedene Produkte. Das sind klassische Tätowier-Art. Das ist klassische Bildfeste. Das ist alles gemischt. Ich weiß, das ist ein Stil-Pop-Style. Und mit dem Rechpolger gemischt. Rechpolger, das ist so ein Tätowier-Art. Und die habe ich halt auf die Bilder gebracht. Das ist das, was ich tätowiere. Da haben wir zusammen gesehen. Von den Bildern und vom Zettel. Die älte. In D어를 kommen. Der späte den Mommark. Ja! Das sind alles balloons, die Kweiler. Die Musik ause. Die nicht weiterRund. Wie funktioniert der in, Das war's für heute. Das war's für heute.